Hallo, gleich erfährst du, warum die Fledermäuse gerade in den Fokus gerückt sind, als es darum ging, dass eine Zoonose die Welt stillstehen lässt. Wie diese spirituelle Bedeutung der Fledermäuse und dieser Zustand, den wir gerade erleben auf der Erde, zusammenhängen. Und es gibt ja keine Zufälle und wer sich schon mal mit Fledermäusen beschäftigt hat, der kommt da auf ganz erstaunliche Ergebnisse. Fledermäuse sind Wesen, die zwischen der vierten und fünften Dimension leben, die ihr Herzchakra und ihr Halschakra geheilt und geöffnet haben. Und so in der Lage sind, telepathisch zu kommunizieren und im Dunkeln ihre Ziele zu erreichen. Da haben sie so ein System, ich weiß nicht genau wie das ist, aber das ist so, dass sie Ultraschallwellen wahrnehmen und das ist wie so ein Echolot, was sie benutzen. Natürliches Echolot, das ihnen zu eigen ist. Und wie sie mir gesagt haben, liegt es daran, dass ihr Herz und ihr Halschakra absolut geheilt und geöffnet sind. Das haben sie auf Sirius so, sag ich mal, entwickelt und sind dann hier auf die Erde gekommen, um das mit uns zu teilen und uns dieses auch zu lehren. Und dass sie jetzt in dieser besonderen Situation gerade da so in den Fokus gerückt sind, das liegt auch daran, dass man wirklich, wenn man das Herz- und Halschakra vollständig entwickelt hat, Lüge und Wahrheit immer unterscheiden kann und das ist in der Zukunft wirklich ein Segen, ein Segen für die Menschheit, der die Welt ein Stück besser machen wird. Und dabei wollen die Fledermäuse auf jeden Fall helfen, genau. Und ich verbinde mich mit der Gruppenseele der Fledermäuse. Viele Tiere haben ja eine Gruppenseele und sie ist auch schon aktiv und ich beginne mit dem Channeling. Sei gegrüßt, du liebe Seele, ich bin die Gruppenseele der Fledermäuse. Und es gibt zwei Dinge, die ich dir über die aktuelle Situation im Zusammenhang mit den Fledermäusen sagen kann, aber auch im Zusammenhang mit allen Tieren. Das erste ist, es geht um Herzheilung. In den letzten 10.000 Jahren sind die Menschen immer gefühlskälter geworden und haben auch sehr großes Desinteresse an dem Wohlergehen der Tiere entwickelt. Die Tiere werden misshandelt und ausgenutzt und ja, da ist es wirklich zu einem karmischen, zu einer karmischen Antwort gekommen. Denn nichts, was wir tun, egal ob als Einzelperson oder als Gesellschaft, bleibt ohne Wirkung. Das ist ein Gesetz, ein kosmisches Gesetz und dieses Gesetz kann man durch nichts ändern. Tust du Gutes, erreich dich Gutes und andersrum. So ist es auch mit den Tieren. Die Menschen bringen immer weiter in die Tierwelten hinein. Die Tiere haben immer weniger Rückzugsorte und so ist es nicht verwunderlich, dass seit einigen Jahren Zoonosen aufblühen. Aufblühen ist vielleicht ein bisschen zu positiv benannt für die Menschen, die jetzt da betroffen sind. Es begann mit BSE und wer nicht weiß, was eine Zoonose ist. Eine Zoonose ist eine Krankheit, die durch Bakterien oder Viren von Tieren auf die Menschen übertragen wird. Und so gab es in den letzten Jahren immer öfter Zoonosen. Die Schweinegrippe, die Vogelgrippe und nun ist es so, dass die Erde stillsteht, weil wieder eine Zoonose die Menschheit erreicht. Stillstand, das ist, wenn eine Fledermaus in dein Leben tritt, zum Beispiel als Krafttier, dann geht es viel um Stillstand. Es geht um Sterben und Wiedergeburt, um die Schatten, die in dir sind, aber auch um dich herum, diese Schatten anzusehen, zu heilen, zu transformieren, loszulassen und neu zu beginnen. Denn das ist nötig. Es ist ein Neuanfang nötig mit besseren Bedingungen für die Tiere. Schutz der Tiere, sodass sie sich zurückziehen können und in ihr Artgerecht leben können. Schutz für die Tiere, die, die Nutztiere, die sich den Menschen zur Verfügung stellen. Sie müssen gut behandelt werden und dürfen nicht weiter so gequält und ausgenutzt werden. Sonst wird es immer wieder Zoonosen geben. Das geht gar nicht anders. Das ist ein karmisches Gesetz. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass meine lieben Fledermausseelen, die ich von hier oben sehr gut betreue, genau in diesem Moment die Tiere sind, die für diese Zoonose verantwortlich gemacht werden. Denn die Fledermaus ist ein hochentwickeltes Wesen und viele Fledermäuse befinden sich bereits in der fünften Dimension. Da, wo viele Menschen gerne hin möchten. Denn wenn du in der fünften Dimension bist, dein Herz geöffnet und dein Halschakra geheilt ist, bist du fähig, auch das Gute in dein Leben zu ziehen, indem du selber gut bist. Denn das ist auch Anziehung, wenn eine Fledermaus durch die Dunkelheit ihrem Echolot folgt, ist es auch ein Gesetz der Anziehung, dass es ihr Ziel erreicht. Und so kann es bei dir dann auch werden. Das heißt, wenn du dein Herz geöffnet hast und dein Halschakra geheilt hast, bist du in der Lage, deine Ziele in dein Leben zu ziehen, viel leichter, als du denkst, dass es möglich ist. Die Fledermäuse möchten dich dabei unterstützen. Du kannst mit ihnen in Kontakt gehen, du kannst sie in eine Meditation einladen, ihnen Licht und Liebe schicken, damit sie dir ihr Wissen auf telepathische Weise vermitteln können. Deshalb musst du noch nicht telepathisch kommunizieren können. Sie können dir diese Informationen so zusenden, dass es für dich ein leichtes ist, diese nach und nach aufzunehmen und auch zu verwerten. Das ist der Grund, warum ausgerechnet die Fledermäuse in dieser Zeit zu diesem Thema immer wieder genannt werden. Die Fledermäuse sind hochsensible Wesen und sehr sozial. Sie leben eine bessere Gemeinschaft, als man sich das vorstellen kann, wie es möglich ist. Mit viel Hingabe kümmern sie sich um ihre Kinder und um ihre Gemeinschaft. Dies liegt auch an ihren geöffneten Herzen und an ihrer Fähigkeit, Mondenergie zu absorbieren. Die Fähigkeit haben viele, doch die Fledermäuse wissen davon, nicht? Du kannst dies auch, indem du dich bei Vollmond in den Mondenschein stellst und in dem Licht des Mondes badest. Du kannst den Mond bitten, alle Schatten, die dich umgeben, zu reinigen und dich mit ihrer urweiblichen Energie zu füllen. Die Mondin nährt und erhält nicht nur die Fledermäuse, meine Kleinen, sondern alle Lebewesen, die davon wissen und es anwenden. So kannst du auch nach und nach immer weiter in die Heilung kommen, dein Herz öffnen, dein Halschakra heilen und bist nach und nach selber in der Lage, Kinder oder vermisste Tiere zu orten und musst dir nie wieder Sorgen machen, dass dir ein geliebtes Wesen abhanden kommt und die Telepathie ist dir so auch immer besser möglich, wenn du dich mit den Fledermäusen gut stellst und dich mit ihnen verbindest. Sie freuen sich auf dich und teilen alle Gaben gerne mit dir. Deshalb sind sie hier. Das ist ihr Lebensplan. Ich ziehe mich nun zurück und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ja. Das war die Gruppenseele der Fledermäuse und ja insgesamt würde ich sagen spreche mit Tieren. Die wissen sehr viel, nicht nur die Tiere vom Sirius, aber ich weiß nicht, ob sie es jetzt erwähnt hat, denn die Fledermäuse sind auch vom Sirius. Die haben diese Fähigkeiten auf dem Sirius entwickelt. Oder ich habe es vielleicht auch vorhin erwähnt, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Das war es für heute. Ich wünsche euch eine wundervolle Vollmondnacht. Probiert mal die Vollmondmeditation vom März aus, die ist hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, denn da ist auch eine Reinigung mit den Feen und auch noch ein ganz toller Rabe, der sage ich mal einiges tun kann für dich, gerade in der Vollmondnacht und ja und wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, dann abonniere doch und vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, damit du keine Sendung verpasst. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass unter diesem Video einige Informationen sind über meine Kurse und Webinare und Dienstleistungen. Ich freue mich, wenn ich weiterhelfen kann. Ich ja bin gerne für dich da. Also schöne Vollmondnacht. Tschüss, deine Claudia. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020